Royal Family, private Einblicke in Vorbereitungen für den Staatsbesuch. Cyril Ramaphosa, 70, der südafrikanische Präsident, besucht Großbritannien. Für den Staatsbesuch lässt der britische Palast sich viel einfallen. Seit einigen Tagen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit der Gast sich rundum willkommen fühlt. Heute haben König Charles, 74, Königin Camilla, 75, Prinz William, 40, und Kerouin, Prinzessor Fales, 40, das Staatsoberhaupt in Empfang genommen. In mehreren Videos zeigt der Palast, was Ramaphosa sonst noch erwartet, wie die Kutschen schick gemacht werden und welches ganz besondere Menü zubereitet wurde. Verwendete Quelle, Instagram.com